Er ist beim Preis der Deutschen Einheit in Hoppegarten, für den der umstrittene Weltklasse-Jockey Kieran Fallon verpflichtet worden war. Jetzt kommt da außen Caravelle, noch weiter außen, Obregarten, Seddix löst sich hier, Seddix vor Caravelle, Valeria kommt jetzt innen, vorn wird Seddix attackiert von Caravelle, außen Kieran Fallon mit Torsten Mundry, Seddix mit Caravelle und Valeria, Seddix mit Caravelle und Kaleria und Seddix gewinnt das Rennen, Seddix und außen kommt Kieran Fallon, ein riesen Finish, oh ist das eng, ist das eng, ein tolles Finish, es könnte außen Caravelle noch.